Ganz weit geöffnet waren am Dienstag die Thüringen im Friedelort Hospiz Jäfer. Dort haben die Sonnenkäfer Kinder gesungen und einen Kindergottesdienst abgehalten. Im Rahmen des Projektes Sophie, einer Kooperation des Kindergartens Sonnenkäfer und dem Seniorenheim Sophie in Stift, besuchten die Kinder das Hospiz und sprachen über Glück. Wir erfahren Glück durch die Sonne und wenn die Eltern neue Babys bekommen, sagte Annika Gressner-Weber vom Kindergarten. Wir haben aber auch Glück, dass wir jeden Tag etwas zu essen und ein Haus haben. Um an verstorbene Menschen zu gedenken, haben die Kinder Teelichter im Hospiz verteilt.